Hey Leute, wir haben natürlich Spaß beim Biken und das nicht nur täglich, sondern mehrmals am Tag. Und das ganze liegt daran, weil wir die perfekten Materialien haben. Zum Beispiel Oakley, Helme, Pants, Jerseys, Handschuhe. Kommt so weit, ihr könnt die Dinger testen. Wir haben mehrere Versionen am Start. So, dazu gehören natürlich auch die perfekten Bikes. Testseeker Bikes 2018 mit dem Slammer Hybrid von Ghost. Aber nicht nur die Bikes sind wichtig, auch das Service gehört dazu. Nämlich die perfekte Einstellung in Kombination mit der Vermessung, mit allem was dazugehört. Profitiert einfach auf 15 Jahren Profi-Know-How und ja, würde ich empfehlen. Kommt so weit, habt Spaß. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.